So, da wären wir wieder, zur letzten Mission von Space Hulk, jedenfalls von der momentan zur Verfügung stehenden Kampagne. Und wir haben Version 1.1.1. So, Sin of Damnation, Pitfall. Oh, und die letzte Mission besteht daran, dass wir von dem Hulk fliehen. Was? Okay. The Imperium form are secure with Brother Lorenzo and his squad, but to escape they will need to find a way onto the outside of the Space Hulk, where gunships will be waiting. The chapter has lost many heroes to bring us to this point. And now, this last victory rests on a blade's edge. In this, you must not fail. The Emperor demands victory, honor demands victory, and our dead demand victory. Sergeant of the Squad, accept your orders. Only one Squad is available. You will deploy your Terminators here. The enemy is all around you. A Broodlord is active in this area. Move your force to this location. The closest exit point is through a ventilation shaft on the lower level. Honor the sacrifice of your brothers, that their names will live in glory. Moment mal. Also wir kommen hier oben rein, auf der oberen Etage, und sollen da rausgehen. Wie kommen wir auf die untere Etage? Oder wenn wir da reingehen, kommen wir da raus. Aber wo müssen wir dann hin? Na gut, das werden wir wahrscheinlich sehen, wenn wir die Karte selber sehen. Es kann ja gut sein, dass die Karte aus zwei Ebenen besteht. Und wir dann an bestimmten Punkten, an Leitern oder Teleportern oder dergleichen einfach runtergehen können. Was das Ganze ziemlich interessant machen dürfte. Das zusammen mit den zigtausend Eingangspunkten, die um uns herum sind. Sogar direkt bei unserem Spawnpunkt. Ja. Ich hoffe mal, wir haben nur Stormboater. Wenn wir irgendwelchen Schnickschnack dabei haben, dann wird das nichts. Psyker wäre auch sehr praktisch. Aber wahrscheinlich zu praktisch. Gucken wir mal. Also ich denke, wir werden den Sargent haben mit dem Stormboater. Wir werden den Flammenwerfer haben. Der ist ja quasi ein Fluch für unser gesamtes Dasein. Der kommt immer und immer wieder. Eventuell noch den Clown-Terminator. Und zwei Stormboater, das ist meine Schätzung. Trotzdem finde ich es sehr komisch, dass die letzte Mission darin besteht, einfach nur wegzulaufen. Also ja, sie laufen nicht weg. Die haben genetisches Material gesammelt und damit, ne? Aber trotzdem ungewöhnlich. Manche Missionen... Das ist die einzige Mission. Manche Missionen werden auf zwei Maps geführt. Eine drüber, eine drunter. Verbunden durch Leitern. Eine Leiter zu benutzen kostet für einen Terminator zwei AP und für einen Genestealer ein. Okay. Ach du. Wo sind die Leitern? Da ist eine Leiter. Warum sollten wir zu der Leiter gehen, wenn wir einfach hier raus können? Sehr, sehr komisch. Wir haben nur vier Mann. Und es müssen mindestens drei entkommen. Ah, wir haben den Psyker. Das ist schon mal okay. Wir haben den Psyker, wir haben den Stormboater, Sergeant, wir haben den Soulcane und wir haben die Clown. Also die Clown können dann einfach ruhig irgendwo sterben. Und die drei kommen raus. Damit habe ich absolut kein Problem. Ja, ich will kurz die Karte nochmal angucken. Das sind einfach nur Leitern runter. Das ist gar nicht so weit. Aber wenn die echt von überall kommen. Das wird aber sehr unübersichtlich. Also sagen wir mal so. Wir laufen jetzt in der ersten Runde bis hier hin. Dann spawnen die Genestealer. Überall. Also sie können überall spawnen. Wenn sie unten spawnen, dann muss ich gucken, wo von dem Blip aus gesehen die nächste Treppe ist. Muss dann den Punkt mit dem Punkt hier vergleichen. Und muss davon ausgehen, dass der Genestealer eigentlich nicht da steht, sondern hier. Also ja, wird bestimmt interessant. Wer soll vorlaufen? Lorenzo würde ich sagen. Der Psyker hinterher. Dann die Soulcane und der Clown-Tabler steht einfach hinten und geht in Guard-Modus. Jedenfalls die erste Runde. Falls hier was kommt. Wenn er stirbt, stirbt er halt. Ja, obwohl das ist doof. Weil er wird bestimmt sterben. Dann sind die, die hinter ihm sind, nicht geschützt. Ja, er ist absolute Grütze, der Typ. So, dahin, dahin. Okay, deploy. So. 20 Psyk-Punkte neu würfeln. Wir haben drei. Ne, Geogon. Nicht gierig werden. Das klappt selten. Also. Du. Da ist ein Horror zu verteidigen. Aber das ist doch der Sinn des Ganzen. Wir sollen nichts verteidigen, wir sollen einfach panisch rauslaufen. Hat mal. Wie wechseln wir eine Etage runter? Müssen wir dazu einen Terminator auf der Etage haben? Sieht fast so aus. Okay, gucken wir mal, ob wir hier unten irgendwas besser verteidigen können. Nö. Ist ja genau das gleiche. Ist einfach nur zwei Etagen übereinander. Ja, dann gehen wir einfach da lang. Du gehst oben lang. Sollten wir mehr abdecken können. Du stellst dich daran, dass du beides theoretisch abdecken kannst. Geh weiter. Du läufst alle vier Punkte vor. Und wenn was hinter uns bohnt, haben wir einfach Pech gehabt. So. Wir haben noch drei Punkte über. Das ist absolut mies. Also ja, wir gehen einfach weiter. Das ist jetzt eine Etage unter uns. Ja, okay, auch recht interessant gelöst. Aber es wäre sonst wahrscheinlich zu schwierig darzustellen. Also wirklich unter uns. Heißt, wir müssen jetzt diese Etage uns angucken, wo das dann über unsere Etage liegen. Das heißt, der da steht gerade auf dem Soulcat Interminator. Oder hinter ihm. So, ein Blip hier. Wer könnte also gleich rauskommen? Ein Blip da. Der braucht noch recht lange. Der Blip hier. Müsste bis zu der oder der Leiter laufen. Das passt soweit. Also der einzige, der eine Gefahr darstellt in dieser Runde, ist der Blip. Das können wir aber ganz einfach ausschalten, indem wir für zwei Zielpunkte hier eine Force Barrier hinklatschen. Oh ne, wir sollten nicht anfangen, die aufzustauen. Das hatten wir schon mal gemacht. Und dann kamen sehr, sehr, sehr viele. Also du... Gehst du einfach da hin und gehst in Overwatch? Ungutes Gefühl. Ich würde gerne die Türen hier auch noch zerschießen. Ja, gut, hilft nix. Du gehst da hin. Gehst in Overwatch. So. Du... Gehst da hin. Du gehst... Komm. Hinterher, soweit. Du gehst da hin. Du hast noch Punkte richtig. Ja, zwei. Du gehst dich da hin. Vier Punkte haben wir noch. Dann drehst du dich jetzt... Um. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Blipsprung. Eh. Aber gut, er kann nur für Psy einsetzen. Das passt schon. Du... Machst die Tür auf. Es kann jetzt schon in die Hose gehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also wir könnten mit ihm jetzt in Overwatch gehen. Oder die zwei übrig behalten, damit er den Blip auf jeden Fall töten kann. Ich bin eher für, dass auf jeden Fall töten. Entern. So. Jetzt bist du schon... Komm, 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 komm. Ja, sehr gut. Und es ist ein Brutelord. Juhu. Du hast hoffentlich auch nur sechs AP. Sonst... Obwohl. Er gewinnt. Automatisch. Das heißt, eigentlich sollten wir dem Psyker vorschicken. 3 CP. Oh, und ein neuer Blip. Yay, fun. Ähm. Ich schicke... Also er geht gleich vor und ich den Overwatch. Weil er hat keine Ladehemmung. Also brauchen wir für ihn auch keine Punkte. Und er wird es auch auf jeden Fall innerhalb von ein, zwei Feldern töten, weil er dreimal Würfel darf. Ähm... Du. Psychic Dinger funktionieren bei dir nicht, ne? Nö, also ich glaube, das Beste wäre einfach... Zweimal schießen... Und in den Gartenmodus gehen. Also eigentlich... Zweimal schießen, einmal vorgehen, dann in den Gartenmodus gehen, damit der Clown-Terminaut sich dahinter stellen kann. Oder er hier dran vorbeigehen kann. Wir sollten ja eigentlich langsam vorrücken und so. Das klappt nicht so ganz. Was haben wir hier unten? Nichts. Doch, da, einer. Der könnte... Hier gleich rauskommen. Näääh. Ja, hilft nix. Er hat ganz viele PS-Punkte, die wird er gleich verbrauchen, dann ist gut. Also, schießen. Hm. Das ist dein Kill on 5+. Würfelt. Fünf. Würfelt. Hä? Ach ja. Also einfach ranlaufen, Gartenmodus gehen und hoffen. Würde eigentlich ganz gerne vorhin noch ein paar Mal draufschießen, aber das kommt mit den Punkten nicht hin. Jo. Vertraue der Macht des Imperators. Und geht Gartenmodus. Ja, das ist er hoffentlich. Du. Gehst an ihm vorbei. Da gehst du vor. Da gehst du in Out. Du gehst da hin. Du musst gar nicht in den Gartenmodus gehen. Er kann nicht sterben. Er wird den nächsten Angriff auf jeden Fall gewinnen. Im Notfall muss er halt fünf, sechs Punkte da reinpacken. Aber er wird gewinnen. Oder warte. Packt er so lange Punkte rein, bis er nicht stirbt. Und da ist ein dezenter Unterschied. Ähm. Na gut, so oder so sollte er jetzt eigentlich weiter in die Richtung gehen. Kann er nur nicht. Wir brauchen die zwei Punkte aber nicht. Das heißt, er könnte sich drehen. Mist, Mist, Mist. Es geht alles nicht so ganz auf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, tot. Es geht sich ganz und gar nicht auf. Weil er hier kann nur einmal schießen, wenn der Blip dran vorbeiläuft an ihm. Ich bin eben jetzt davon ausgegangen, dass der Blip auf ihn zuläuft und stirbt. Auch wenn der Blip hier lange huscht, kann er nur auf dem Feld einmal schießen. Und wenn das drei sind, oder ein Broodlord, wenn es mehr auf derselben Karten geben darf, ähm, dann ist ja doch eine recht hohe Chance da, dass einer durchkommt. Oh ja, hilft nix. Wir spielen gerade ein sehr risikoreiches Spiel. Also müssen wir auch Risikos weiter eingehen. Du da lang, du da lang. Und das Beste hoffen. Enter. Also du stirbst gleich im Idealfall. Gucken wir ja. Sechs Psy-Punkte. Ah, tue. Es ist ja nur zwei. Komm, bring ihn auch um. Was zur Hölle? A bit. Hm, was? Das war das erste Magazin. Das war sein zweiter Schuss. Oder zählt er es noch zum ersten? Das ist nicht schön. Ganz und gar nicht schön. Okay, du... Du, schieß mal. Und schieß mal. Habe ich schon mal erwähnt, dass Würfelglück manchmal echt so eine Sache ist bei Strategiespielen. Du gehst in den Garten aus. Du tust etwas nicht sehr gelungenes. Du geistest mich aktiv an. Ah. Klappt ja doch mal. Und du machst das, was wir eigentlich die ganze Zeit machen sollten. Nämlich vorrücken. Wie sieht es unten aus? Karte. Ein Blib da. Der braucht aber viel zu lange da hinten hin. Okay, wir haben nur den einen da. Und der stirbt. Das ist nur eine Frage der Zeitpunkt, die wir investieren müssen. Und der hat noch 14. Also du läufst gerade aus. Kannst du noch einen? Ja. Die Treppe, da ist ja auch garstig. Das heißt, man kann das gar nicht ordentlich hier verteidigen, bis der Rest eintrifft. Aber gut. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Gar kein MC einsetzen müssen. Sehr schön. Die kommen alle aus dem mittleren Tunnel raus. Genau da, wo der Barion steht. Was nicht so schön ist. Also gut, du läufst weiter nach da. Läufst dem Sergeant hinterher. Weil ich denke, er wird jetzt die ganze Horde aufhalten müssen. Das heißt, die beiden ziehen sich zurück. Oder auf ihn kann er mich einfach nicht verlassen. Auf ihn kann ich mich hundertprozentig verlassen, solange er Psi hat. Das ist schon ganz praktisch. Das heißt, er geht jetzt dahin, dreht sich um. Geht in den Garten-Modus. Warte, wir können noch einen vorrichtig. So, sechs Punkte. Haben wir noch zwei Punkte über für den Garten-Modus? Ja, sehr gut. Ah, wo schießt du? Achso, weil unter dir Jeans wieder sind. Okay. Garten-Modus. Let's them come. So, enter. Das müssten hier drei Stück hochkommen. Oh, und die Kamera sollte ganz rüber schwenken. Ja, genau so. Oh, noch mehr. Momentan hängt die Kamera mal zwischen beiden Ebenen, weil sie denkt, dass wir da sind. Oder die Action gerade da ist. Aber die Action ist da und da. Daran sollten die Jungs auch noch arbeiten. Also ich mag das Spiel tierisch. Aber es sind noch ziemlich viele Bugs da. Also, primär mag ich das Roman-Universum und ich mag das Original-Brettspiel. Deswegen kann man sich recht schnell in der Sprüche vergucken. Aber die Bugs sind doch ziemlich lästig. Ähm, ja. Du? Was ist das? Hm. Also wir könnten einen großflächigen Psychic-Storm machen und hoffen, dass die hier alle sterben. Was unwahrscheinlich ist. Aber danach könnte er sich umsehen und die da umbringen. Wie sieht's unten aus? Unten ist gar nichts. Dafür ist hier ein Blip. Okay, gucken wir mal ganz kurz. 4 plus für ein Key. Oh. Der erwischt ihn ein hinter dem Clown Terminator nicht. Äh. Ja gut, hilft nix. Hm. Das war gut. Und es hat ihn doch erwischt. Aber nicht erwischt. Das heißt, er kann sich jetzt umdrehen. Schießt hoffentlich. Ah, tötet aber nicht. So, unten. Unten war nix. Okay. Das heißt, nur die zwei, da sind eine Gefahr. Und sind dadurch nicht wirklich eine Gefahr. Weil er geht jetzt in den Gartenmodus und hat noch 11 Punkte zum Töten. Und die beiden sind einfach nur tot. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, sie könnten ihm jetzt in Gefahr werden. Und er hier ist wahrscheinlich sowieso gleich tot. Was kein schöner Zustand ist. So, ne Gartenmodus. Und dann bitte, bitte, bitte Clown Terminator. Überlebt den ersten Angriff. Sonst hast du echt nen Huf weg. So. Du. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Da wär er sicher. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, da bist du sicher. Geh da hin. So. Einziger Knackpunkt. Äh, hier. Mal wieder. Es könnten vier Genestealer werden. Wobei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Höchstens ein oder zwei von denen angreifen könnten. Wir haben noch einen Punkt über. Das heißt, der muss hier noch weiter. Du, dreh dich mal. Und schießt hoffentlich. Ja. Sehr gut. And turn. Bitte, 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 bitte. Clown Terminator. Du bist ein Tötungsmaschiner. Du musst töten. Und nicht mit dem ersten Schlag sterben. So, zwei Zielpunkte. Er müsste noch neun haben. Ja, sehr gut. Nächster. Keine Killkamera. Oh, okay. Ist auch keiner gestorben. Hier, du bist zu weit weg von allem. Und sechs CP. Sehr schön. Das heißt... Es hängt an ihm. Es hängt verdammt nochmal an ihm. Wir könnten sehr viele CFE verbrauchen, um ihn hier da hinzubringen. Dann geht er da in Overwatch und bringt den um. Ich glaube, das ist sicherer, als wenn wir versuchen würden, mit ihm anzugreifen. Ja, das machen wir. So, du läufst da ganz hinten hin. Du läufst da hinten. Du läufst da hin und gräst dich. Und dann müssten wir eigentlich gewonnen haben. So, du gehst in Overwatch. Du benutzt einen Punkt, um noch da hinzugehen. Ja, okay. Nächste Runde schaffen wir es vielleicht nicht ganz, alle reinzubringen. Aber solange nicht irgendwas direkt bei uns in der Nähe spawnt. Hier. Oder da. Müsste das im Sack sein. Weil der wird jetzt hier hinlaufen. Dauert schon mal eine Runde. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier. Der kommt nicht mehr ran. Nö. Und der da stirbt gleich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber echt albern mit der Explosion am Anfang. Das ist... Ich weiß auch nicht, was das sollte. Kaputt. Was war das jetzt gerade? Achso, das ist der Blip, den wir hier unten schon gesehen hatten. Von uns sind drei Stück, aber die sind zwei Runden entfernt. Und keine neun? Oh doch. Direkt neben uns. Wer hätte das gedacht? Siberia. Du mich auch. Also du gehst da hin. Oh, warte. Zurück. Du gehst da einfach rein. Und du nicht mehr sterben kannst. Was du ja so gerne tust. Du könntest auch reingehen. Und du... Ja doch. Kommen alle rein. Sehr schön. Also weg mit dir. Weg mit dir. Oh, das gab so den Erfolg. Mit mindestens zwei Terminatoren vor Ende der zehnten Runde raus. Gewonnen. Tada. Spiel durch. Wow. Okay. Also die Karte hätte echt einen Ticken größer sein sollen. Das hätte dann ein bisschen mehr Spannung aufgebaut. Aber jetzt konnten wir richtig durchrushen. Trotzdem sehr knackig. The Thunderhawk has located your signal. Many of our brethren have given themselves for this victory. Through their sacrifice, the blood angels have restored our honor and reclaimed the blood of our Primarch. They bring honor to the chapter. And their names will live in glory. Was? Zur Hölle? Das Blut von Sanguinos? Oder wie auch immer man hier ausspricht? Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Oder warte mal. Wir haben eine genetische Probe von dem Brutlord genommen. Und wir haben das Blut von Sanguinos zurückbekommen. Moment mal. Das ist komisch. Da muss ich mich aber bei Zeiten reinlesen. Ähm. Continue. Warum ist abgeschlossen? Menü. Ja. Wir haben den Kopf von dem Brutlord oben drauf. Und beide Kampagnen und beide sind durch. Ja. Ich denke damit war es das erstmal für das Let's Play. So lange bis die neuen Kampagnen kommen. Ich hoffe einfach mal, dass die noch oben drauf gepappt werden. Und nicht als DLC oder Add-on oder was weiß ich. Das wäre ein bisschen dreist. Aber das Spiel ist zwar für mich sehr gut gewesen. Ja. Hat sehr viele Bugs. Aber es war für mich unterhaltsam. Das für mich ist es. Ähm. Es war zwar sehr gut. Aber es war vom Preis her doch ziemlich happig. Ähm. Und dafür, dass man nur zwei Kampagnen recht schnell durchspielen kann. Ähm. Also ja. Ich hoffe die Kampagnen, die demnächst kommen sollen. Einmal die aus der Erweiterung von dem Spiel. Also dem Brettspiel. Und die aus dem White Dwarf. White Dwarf ist so eine Zeitschrift für das Warhammer-Universum. Ähm. Und ähnliche Spiele. Ähm. Da waren auch Kampagnen drin. Die soll es auch noch geben. Und dann noch ein extra Chapter. Oder zwei. Also ein neues Place mit uns. Ja. Wenn das kommt, dann melde ich mich hier wieder. Fürs Erste ist hier allerdings erstmal Schluss. Also viel Spaß in meinen anderen Projekten. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.